Hallo und herzlich willkommen zurück wieder hier bei Sims 4. Ja, bei mir kam jetzt gerade eine Nachricht rein, ich bin hier völlig auf dem falschen, dass in der Stadt ein schräger Humor und krasse Späße Festival stattfindet. Da werden wir auf jeden Fall gleich mal hingehen. Ich habe jetzt ein bisschen weiter gespielt, weil ich eigentlich Richtung Wochenende zum Portal wollte, habe das jetzt aber irgendwie total verpennt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Was ist das für einer? Sehen wir uns das Feuerwerk an? Hallo, nicht so schnell hier. Ja, keine Ahnung, wer es jetzt war. Ich kann es jetzt gerade nicht mehr ansehen. Also ich wollte auf jeden Fall zum Festival gehen. Von 17 bis 23 Uhr. Ah, okay. Feuerwerkskörper sind auch da. Voodoo vom feinsten. Spontane Vorstellungen mit Comedy auftreten und ja, sehr viel Unfug dürfen wir auch machen. Das heißt, ich glaube, er hat mich angerufen. Kann das sein? Wir nehmen ihn einfach mal mit. So. Da wird es leider noch etwas dauern mit dem Portal, aber ich denke mal, das wird jetzt auch ganz lustig werden. Oh, ist es kalt draußen? Warum hat sie denn ihre Winterkleidung an? Und das ist ja eine ganz tolle Winterkleidung hier. Ähm, ist er das jetzt? Tatsache. Ich glaube, er ist das. Warum rennt sie jetzt hier so? Ja, wir schauen auf jeden Fall jetzt erst mal nach, wo wir jetzt alles hingehen können. Hier können wir zum Beispiel hingehen. Oh, yeah. So, was haben wir denn hier? Ach, den kennen wir doch von Stranger Will. Wie geil. Was ist denn das rechts für ein Typ? Der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Oder wie einer aus Moskau. Ich bin mir nicht sicher. Ja. So, ähm. Ähm, fackeln denen nicht die Haare ab, die hier an der Seite sitzen? Das sieht hier irgendwie seltsam aus, finde ich. Was ist denn das, was ich hier höre? Ach, das ist einer... Okay, gehen wir mal da hin. Du darfst doch gerne dein Getränk mitnehmen. Ah, so so. Ah, so so. Oh. Was war das? Was war das gerade? Oh, na super. Ich bin etwas miefig. Das ist natürlich nicht gut. Haben die hier... Ja, die haben Toiletten. Aber, ja, ich kann da natürlich jetzt nicht die Hände waschen. Hm. Aber ich muss auch mal dringend auf Toilette. Ja, dann würde ich sagen, dass wir da mal schnell hingehen. Mädel, wie gehst du denn bitte da hin? Ach so. Nein, du sollst erst die Toilette machen. Erst die Toilette. Ja, komm. Zack, zack. Schneller. Ich glaube, das sind die Vollerweckskörper. Kann ich auch was mitmachen? Wir warten jetzt aber erstmal, bis sie wieder von der Toilette runtergekommen ist. Man kann sogar malen, okay. Dieses Objekt gehört Safira nicht. Ja. Kann ich denn nicht verstehen? Ja gut, wir wollen natürlich nichts stehlen. Das ist ja klar. Zusammensetzen und versuchen. Würde ich normalerweise nicht machen. Aber in dem Fall... Ich meine, wir sind ja hier bei Sims, ne? Nein, nicht abhauen. Ach, bist du eine Spaßbremse. Ehrlich. Was sind denn hier Festival-Souvenier? Wollen wir doch mal gucken. Also Funkenbrunnen, schräger Humor und krasse Späße-Festival. Das sind aber alles so Sachen... Ne, das ist eine Voodoo-Puppe. Das sind auch wieder Raketen. Schneekugel, Wolkenkratzer. Okay, also alles so unnutzendes Zeug im Endeffekt. Wirbelfeuerwerk. Okay. Ja. Wunderkerze. Haben wir natürlich jetzt alles nichts wirklich von. Ja, Entschuldigung. Ich stinke halt im Moment. Tut mir leid. Ich habe ja hier nichts zum Saubermachen. Ich bin am Schwitzen wie sonst was. Ich bin am Stinken wie sonst was. Der ist super. Ich bin am Schwitzen. Okay. Ich weiß jetzt nicht. Hier hinten ist noch das Fitness... Ne, das ist kein Fitnessstudio. Ist das die Karaoke-Bahn? Ne, oder? Das sieht eher aus wie so eine Kunstausstellung oder sowas. Kann man da rein? Oh, sehr geil. Kann man da rein? Komm, wir laufen mal ein bisschen schneller. Weil dann waschen wir uns nämlich jetzt ganz oft die Hände. Damit wir uns etwas besser fühlen. Nein, 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 nein. Hier geblieben. Das Festival endet in einer Stunde. Nein, 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 ich habe immer noch kein Feuer weggesehen. Nur gehört. Ach, da. Oh, dann gehen wir mal ganz schnell dahin. Jetzt ist sie müde. Das ist doch jetzt nicht ihr Ernst. Sie muss sich doch das Feuerwerk angucken. Ich glaube, das kann man nur von hier oben richtig angucken. Feuerwerk löschen. Ja, okay, das wollte ich jetzt nicht. Happy New Year! Gut, es kommt ein bisschen spät. Ich meine, immerhin haben wir jetzt schon einen fünften. Ja, und das war das große Feuerwerk. Dafür bin ich jetzt wieder verspielt. Das ist schön, auch wenn meine Energie voll runter ist. Was können wir denn hier noch... Nein, ich wollte gerade was essen. Hallo? Sind jetzt alle Stände hier weg? Die haben aber schnell abgebaut. Also so geht das ja nicht hier. Ja, das ist jetzt natürlich doof. Aber naja, dann werde ich wohl wieder nach Hause gehen müssen. So, da ich ja auch noch... Was ist denn das hier? Bei Projekt helfen. Hat die das jetzt immer noch nicht fertig gemacht, oder wie? Ist nicht hier ernst. Da hat die mal Verantwortung. Ach, sie fühlt sich unwohl. Ja gut, dann geh halt nochmal vorher auf Toilette. Und du arbeitest dann danach besser. Da kommt die Mama nachts um halb eins oder was nach Hause. Und da muss sie noch ihrer Tochter bei dem Projekt helfen, damit es überhaupt fertig wird. Eieiei, das sind Verhältnisse hier. Was ist er denn überhaupt? Ach, er saß am PC wahrscheinlich. Was, 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 wie? Ich hab die neue... Äh, ich hab Malereifähigkeiten erworben. Wie denn das? Ich denke, wir sind hier was am Basteln. Das ist so schlimm für mich. Trangela. Trangela. Leute. Perfekt. Da muss ich jetzt mal eben Pause machen. Das ist doch... Das ist doch so schön, wenn man jemandem bei seinem Projekt hilft. Da müssen wir mal eben ein Screenshot von machen. Ich find das toll. Hat er den Screenshot jetzt auch gemacht? Ich hoffe. Zeigt es jetzt nicht an. Jetzt hab ich's zumindest gehört. Auch wenn ich das hier oben jetzt nicht sehe. Aber okay. Ähm, du solltest aber eigentlich auch noch deine Hausaufgaben machen, Mädel. Ähm, ich muss mir Meta platzieren. Ja, mach erst mal die Hausaufgaben weg. So. Erst mal ins Inventar platzieren, bitte. Ich weiß nämlich nicht, ob du das sonst mit dabei hast in der Schule. Und dann die Hausaufgaben machen. Machst du auch die Hausaufgaben? Ich kontrollier das jetzt hier. Okay, braves Mädchen. Was hat er denn jetzt in seinem Inventar? Glimmerstein. Ins Reich der Magie reisen. Äh, okay. Aber ins Reich der Magie wollte ich doch eigentlich mit ihr reisen und nicht mit ihm. Ähm, oh ja. Sie soll auf jeden Fall erst mal dringend schlafen gehen. Ich würde sagen, dass wir die Familie jetzt für heute auch erst mal in Ruhe lassen. Ja, das Fest war jetzt nicht ganz so lustig, wie ich jetzt gedacht hatte. Aber ich meine, gut. Immerhin haben wir noch ein bisschen Feuerwerk sehen können. Und wir konnten uns einen Trink bestellen. Und viel mehr konnten wir gar nicht mehr so wirklich machen. Aber okay. Jetzt haben wir hier einen Gast bei uns. äh, der hier gar nicht mehr sein sollte. Werf den mal raus hier bitte. Bitte zu gehen. So. Es tut mir leid, aber wir haben jetzt schon halb vier morgens. Und ich muss auch bald wieder zur Arbeit. Deswegen bitte geh jetzt. Ich möchte mich jetzt hinlegen zum Schlafen. Okay? Okay. Das ist gut. Dankeschön. Dankeschön. Er läuft sowieso irgendwie schon ziemlich besoffen hier durch die Gegend. Okay. Also ich würde sagen, dass die heutige Folge damit jetzt erst mal beendet wird. Und dass ich, ähm, nochmal weiterspule und alles so ein bisschen weiterlaufen lasse. Und wir uns dann Freitag wiedersehen. Und dann hoffentlich das Portal durchschreiten können. Und schauen können, was sich dahinter befindet. Ich bin echt schon total gespannt. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Tschüss. 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 Vielen Dank.